Kleine Trendwelle, unser Ballerina Amino von der Samino bringt gleich drei schöne Details mit, die mir sofort ins Auge stechen. Glanz, blühendes Leder und du bekommst den halben Nummern für eine noch bessere Passform. Die feminine Ballerina in drei tollen Farbvariationen ist ein Lieblingsschuh von unseren Kundinnen, die passt ja auch zu vielen Outfits. Du wirst damit immer im Trend liegen und bekommst noch eine Portion Komfort dazu. Amina eignet sich für schmale und normale Füße, in der es in der Weite geht es sein. Außen und innen ist er aus hochwertigen Leder gearbeitet und du stehst hier auf diesem weichen Lederüberzogenen Fußball, deine Füße dürfen atmen. Der ist innen auch nahtlos gefertigt, am Ballenbereich 100% ganz ohne drückende Nähte, für einen empfindlichen Ball natürlich optimal. Und das eingearbeitete Elastikband am Oberleder, hier am Einschlupf, gibt schön nach beim Reinschlüpfen und haltet auch alles zusammen, damit nichts aufklafft. Dann gibt es ja noch diesen kleinen stabilen Blockabsatz, sowie die rutschämende DR Mikroleitsohle, mit der du ganz leise der Form schwebst. Also bei uns in Tirol würden wir sagen, gestirscht schaut das aus. Also sehr schön. Viel Spaß beim Shoppen, eure Vicky.